Wir mussten nur knappe sieben Minuten warten bis wir jetzt endlich hier sind, bei Paragon die Kontrollvisite. Du bist ja auch schon die Kontrollvisite. So, also wir haben ja schonmal einen Zweiteiler gemacht von Paragon, was schon wieder eine ganze Weile her ist. Da waren wir noch blöd. Sind wir immer noch? Oh mein Gott, das fängt ja... Wir sind immer noch blöd, weil wir es immer noch nicht so viel spielen haben. Wir haben wenigstens schon ein wenig PvP gespielt und gewinnen. Wenn die anderen nicht so mega Affen sind und unser Team richtig behindert, dann... Dann können wir sogar auch mal was gewinnen. Also von dem her ist es okay. Am Anfang habe ich auch noch relativ gern Gideon gespielt. Mittlerweile spiele ich jetzt eher lieber Sparrow. Wobei ich mir damals schon noch ein bisschen mit den Zielen schwer tue. Aber naja, sei es drum. Sind wir mal gespannt, was es heute wird. Und wie es läuft. Nichts. Weil das Schlitters Match heute und das erste, das war gut. Ja, da war das Team allgemein gut. Das zweite Team war einfach nur, das war nicht schlecht. Das war... Da war auch das Gegenteam ziemlich gut unterwegs. Also keine Ahnung, wir haben... Ja, also die haben immer gleich zu viert. Ja. Tot! Wir waren da ziemlich, ziemlich starr in unserer Spielweise. Verangst. Und die haben uns dann immer zu viert oder zu fünft überrascht und... War nicht so... Nicht so... Nicht so gut. Aber... Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt abläuft. Du spielst immer noch ganz dir. Schauen wir mal. Ja, kommt Nick. Ja, kommt Nick. Ja, kommt Nick. Ich frage mich nur, wo die sind, ne? Die warten hinten und kommen aus der Ecke raus. Ha! Rückzug. Linke Strecke verteidigen. Also da sind sie. Link. Ich hoffe, dass wenigstens mal einer dran denkt, die Dinger zu aktivieren. Die Sammelscheiße. Da kommen sie von hinten, die Schweine. Wer? Ja. Gut gemacht. Sag mal so ne Sparrow Nudel. Bei euch. Betonung auf BAH. Ah, bin ok. Ich wollte gerade das machen was du gesagt hast, was du die Dinger aktivieren, hab ich gesehen wie links zwei rauskommen. Rauskommen? Ja. Okay. Scheiße. Scheiße. Ich hab nicht gesehen, dass unsere Dinger weg sind. Mitspieler? Die kleinen Minionscheißer, weil der Turm ist fast kaputt und ich dachte, ah geh ich rein. Ja. Scheiße. Sollst du dir kommen? Momentan gehts noch, ist schon okay. Ich komme, weil die sind zur dritten in der Mitte. Aber wenn ich weiß, ich spiele allein, dann weiß ich, ich muss auf mich aufpassen. Fuck you, die Pfarrer waren auch beschissen. Ich sag's ja nur ne, weil ich kenn da so einer, der ist Tank, aber das ist immer und die... Ja, tu mal, lass ich mich sauber retten, muss der Harschloch. Sag's ja nur. Frik hin. Weiß ich es nicht. Ähm... Scheiße. So Dusel geht es auf eine kackte Enge. So. 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 Das war's für heute. Das geht's rollend. Blade down. Oh, kleine Mieser-Forschisslänge. Die wusste, dass er hinter sie will. Ich finde es immer nur faszinierend, dass links niemand den Summler aktiviert hatte. Das ist schon richtig schlecht. Scheiße, ich hab's nicht mehr geschafft. Du? Ja, aber der hat fast einen Engel gekillt. Die waren beide so fokussiert auf mich. Dann hat der andere seine Power gemacht und fast einen Engel gekillt. Aber ich hab's nicht mehr ins Kreisding geschafft. Möchtest du rechts den Sammler oder links? Nee, links. Da ist noch kein Türmchen dran, das heißt, der ist noch nicht aktiviert. Gleich ein Türm? Hm? Nee, das ist schon rechts. Hab ich links gesagt? Äh, schon gut. Heckmech. Aber der links, naja, ich geh jetzt eh vorbei. Verteidigen. Verteidige? Ne, ich muss das Ding aktivieren. Mach das sonst niemand. Das sind drei Stück. Ich hätte ja blöd. Jetzt können wir wirklich mal kurz was holen. Oh, hier gibt's auf die Eier. Mehr denn? Ei, scheiß. Engel, Kakao. Da ist er so. Sofort. Feckt euch. Spielt mit euch selber. Der eine geht jetzt drauf. Ja. Ah, von uns, oder? Ja. Ah, die waren zu dritt. Voll geil. Ah, süß, da guck ich da rein, Idiot. So, in der Mitte sind sie gerade zu dritt. Okay. Ich glaube mal hinten, aber die verteilen sich glaube ich gerade. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur einen. Jungs. Ja, da ist einer. Jungs. Jungs ist gerade wieder soweit, also keine Ahnung, du musst die PS4 wieder umstellen. Und so vom... Ja, da passt es zu wie oben. Schon witzig. Ja, schon richtig fett. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Ach, halt die Fresse. Ja. Was den kann verteidigen, ich verteidige dich gleich. Ich glaube aber, der ist ja bescheuert. Wenn du willst, dann kannst du mir kurz links helfen. Okay. Weil da ist einer, den habe ich jetzt gerade ein bisschen zu mir herkommen lassen. Und dann kannst du quasi was rechts von hinten den schnappen. Und ich komme dann von vorne. Voll ekelhaft gar. Ja. Doppelpenetration. Ja. Ich muss sagen, wenn du soweit bist oder fast da bist. Ich bin da. Okay. Los. Hast du auch schon dein Ulti? Nein, ist auch nicht freigeschalten. Ja, okay. Habe ich auch nicht gebraucht. Ja, ist hin. Ja. Jetzt habe ich mein Ulti. Gut. Vielen Dank. So muss es laufen. Also wegen mir kannst du dann wieder in der Mitte. Hey, du bist ein... Ich verpiste dich wieder. Ich habe ja nur Kurzhilfe gebraucht. Das ist gut, wenn man sich absprechen kann. Jetzt versuche ich, ob ich den linken Ton kriege. Aber ich bin zu schwach wahrscheinlich. Nee, ich kriege ihn. Nee, ich kriege ihn. Gut. Läuft. Ich habe keine Herz-E-Attacke oder so'n Scheiß. Na kurz noch hier das Ding. Braucht er Hilfe oder was? Weil ich seh mich jetzt so dritt. Okay. Ja, das ist ein Ulti-Verbrauch der meiner Wand. Achso. 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 Ich bin hinter mir. Kleiner, mieser Schuft. Du machst so für Schaden. Wer? Oh, diese verkackte Enge. Na, ist das so. Ja. Da kann ich locker rückwärts weglaufen und ihm zugucken. Wenigstens kann ich mich diesmal nicht über unser Team beschweren. Na, dich ist jetzt okay. Okay. Läuft eigentlich ganz gut. Bisschen Abstimmung und so. Scheiße. Obwohl ich mich schon nicht kapiere. Links war vorher einer. Rechts war gerade eben auch einer. Wo schon der Rest von denen alle in der Mitte oder was? Ja. Ah, okay. Nein, klar. Scheiße. Ich bin mir. Was macht mir das? Ich glaube nicht, doch ich. Achso nicht, doch ich denke, doch mal zu sagen. Achso. Hopp. 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 Schieße auf die Schale. Achso. Na, komm mal. Na, komm ja, ich gucke sie Vielleicht kannst mir kurz links leer wiederhelfen Dann muss ich auch schon mal hier weg Ich sehe da ist nämlich einer der geht gerade auf den Turm drauf Ja, wäre gut, wenn du kommen könntest Ja, ah ok du bist schon da Kurze Info, wäre richtig geil gewesen Oh, die sind zu zweit Nicht so Machst du dein Ulti noch? Nein Voll fett Oh ja, mach den kleinen Scheißer kaputt, Mann Halbe Ewigkeit Ne Aber Der hat Okay Jetzt gucken, ob ich wieder die Ja Kann man schon wieder holen Was holen? Ach, hier Sammeln Ach, da kommt zwei Ich mach jetzt mein Ulti und dann geh ich zurück Ja Ja, außer du willst noch in die Mitte kommen Aber wahrscheinlich kommst du da nicht raus hier jetzt gerade Kannst du probieren Soll ich ihn in der Mitte zünden? Ach, ich sehe ihn Aber der verrückt wahrscheinlich bis ich da bin Ja, tut er Dann renne ich mal kurz ganz durch Ah, ist okay Der hat noch einen Schluck Leben Also die Kombo, wo ich bisher habe, die finde ich sogar ziemlich geil, muss ich sagen Ein bisschen mit Angriffsklindigkeit und ein bisschen späterer Stoffkritt So ein Scheißengel echt So Ah, ich hätte ihn gerade gekriegt und die ballern mich weg Ja Ja, das sieht gut aus So, dann kann ich gleich noch Zweier Und dann danach nochmal So, eine kurze echte Er hat noch einen Schlag Ein verfixtes Schlag Wo soll ich hin? Scheiß nicht Links Rechts Vor Zurück Weiß ich auch nicht Weil links Nein, da ist zwei gegen einen Oder nein Links hat er zu zweit Mittels sind auch zu zweit Also in der Mitte sind wir gerade zu zweit Links sind auch zwei Oder einer Der eine haut ab Weil links sind zwei In der Mitte ist gerade keiner mehr Mal gucken, ob wir auf den Turm drauf können Ich habe dir den gelegt Okay Ja, ich glaube wir können drauf Ja, läuft Ich habe gerade deinesgleichen getötet Schmache Die wollte nicht so wie ich will Muriel Bleib weg Vorsicht Na, aufs Ich habe es auch sehr angehittet Ich habe zwei Stücke gekillt, ich bin halt hier. Du? Ja. Gut. Einmal die Engelnudel und dann kam der Revolverkacker von hinten. Nimm mal von hinten. Dann habe ich Bauattacke gemacht und dann meine Forststürme und dann habe ich sie gekriegt. Das ist eine kleine Schüfte. Der linke Turm schlägt am Arsch. Und weiter am Arsch. Okay, ich habe auf der rechten Seite gecleared. Live. Ich habe auch besser gewesen, der war einfach abgehauen. Dann kann der Erdball kurz Dinger einsammeln. Gucken wie die andere Seite aussieht. Gehen wir kurz daheim. Und ja, man. Ich habe eine Bauattacke übrig. Gut, gut, gut. Dich du. Die anderen. Dich du. Boah, der hat gesagt, er braucht Hilfe. Linke Seite oder wie? Ja. Zu kurzt. Alib Histor im Hintergrund поame die explosive Lille. Da bin ich kilometres. Ich weiß, dass er Hilfe benötig war. Verdammt doch mal. Ich kann mich hier unten nicht. Wo ist der? Genau. Ich bin von hinten gekommen, diese Schwellen, ich habe keine Liebe mehr. Da kam der, Mensch war ich mit seinem Schwarz, ja genau der. Ich gehe mal in die Mitte, wieviel seid ihr links? Zwei. Warum kann nicht jedes Spiel so sein? Weiß nicht. Eigentlich ist es gut, dass wir jetzt bei unserem Video so ein gutes Team erwischt haben. Hätte er anders sein können. Hätte. Okay. Hm, das war. Falsch erwischt. Gut, also der große Turm ist kaputt. Na, es kommt zu mir, ihr beiden. Gut, 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 gut. Ja, ich halte ziemlich viel aus. Du. Ja. Du. Ja. Ja. Ja, das ist die Frage. Ach komm, wahrscheinlich nochmal. Zack. Eigentlich zu Glück Zweier. Ja. Ja. Ja, können wir mal probieren. rein... Rente, 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 rente. Ja, so langsam, mache ich wieder richtig viel Schaden. oh ja ich habe Sturm die Scheiße Lief müssen wir auf unsere Minions warten Ist das zu schnell? Ah da kommen ein paar Das hat sie gebracht, ich spiele mit dir selber Nix, dass er tot ist, hat sie gebracht Du bist so verrückt Naja Das war aber nicht so Fuck Ich hab dich nicht erwischt War schon ziemlich frisky Was hast du lange gemacht? Oh mein Gott Oh, da kommt ja keiner Oder? Nein, kann ich? Nein, ich kann kurz zurück Geh zurück, Mann! Aber ich hab sie fast rausgeschmissen Was haben sie? Weil mein Ziel war eigentlich fast die mit dem Multi, aber die war bloß am Rand Okay Dann hab ich sowohl rauskicken mit dem Vorsturm Aber hat nicht so funktioniert wie ich will Tja Die anderen hätten jetzt schon aufgegeben Die von letztes Mal Ja Versteh nicht, dass die mal aufgeben Du hat gekämpft Du hat gekämpft bis zum Schluss Normalerweise Seid du durch Dann geh ich mal rechts rüber Ja Habt ihr das Ding? Ja Wer hat das Ding? Wie, wer hat das Ding? Ja Dann klappt von uns keiner, oder? Aber eigentlich auch nicht so schlimm Der hat es Ja Also kriegst du den noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab mein Ulti Ja Fuck Das war ja auch richtig Was soll ich machen? Wo fährt? Der hat sich gedacht Hehehehe So Ist er ab Wo ist denn der hin? Ich hab keine Ahnung Aber ich glaub der ist durch, ne? Ich hab keine Ahnung Ist mir jetzt auch scheißegal Hehehe So ein Quatsch Was denn? Lass uns den Depp nicht hinterherkommen Ja gut, der sprintet halt, ne? Bin ich auch Ja Ja Ich Richtig fett Vor allem sonst Die Frage ist, wo sind unsere Minions? Rechts Sind die vorne, oder sind die ziemlich hinten? Die sind ziemlich vorne Oh, was ist denn der scheiß Ton kaputt? Hauf auf! Ich komm rüber Hm Moment Ich komm gleich rüber Die sind voll verschissene Engel, der gibt's auf die Eier So So I have to So muss das Ich komm Was sind die Minions, Mann? Der Turm ist verscham, im Arsch Naja, ich weiß Kommen wir hier. Wo bei uns? Ja. Mit denen auch. Scheiße. Geil. So gleich ist freigeräumt. Also. Nicht den eintreten. Lalalalalala. Okay. Nein, da die Ulzi hat. Jetzt Lauf bitch. Hab ich nicht. Die geht oben rum. Hol experiencing Three taking Couple bisschen es wird zu kurz zu kurz schwechst du einen? ja, den den spaßt aber der ist fast tot er ist tot er ist tot ich habe ihn auch nicht gekriegt, jetzt bin ich sogar tot schade muss zurück ich habe keine Manero, keine Liberté ich bin mal gespannt ob ich noch mal spawnen darf ich denke schon ich muss noch eine halbe Minute warten da habe ich noch 100% der Kern aber die hocken jetzt alle an ihrem Kern und singen Kumbaya ist der Ton wieder da? so, einmal kurz den Boss klatschen der Ton in der Mitte ist wieder da nicht, oder? hörst du den Boss klatschen? trotzdem ist der Ton in der Mitte wieder da ja, ich weiß schneller schneller vielleicht kriegt man es dann nochmal kurz hin bevor der Kern komplett kaputt geht, oder? also 96% ja, nein, ich meine den Boss klatschen ach egal ach egal mach ich nicht was ich meine komm ne ich meine den Alpha Spast der große Typ in der Mitte ach so ach ist echt zu steh ich echt gar auf lange Zeit boah was schon boah, was wir fachchen na geh weg komm mal in der Mitte komm mal in der Mitte komm mal jetzt zu dem Affe ja, aber schnell weil wenn wir zu zweit die Kugel hinbringen müsste eigentlich gut funktionieren vor allem da uns die Seite gehört vor allem da uns ich behalte mal ein Ulti falls einer kommt du bist zum tanken da ich meine der ist schon halb runter wir sind alle beschäftigt nimmst du dann die Kugel, oder? hey der ist jetzt ne Farbe, oder? irgendwie schon, ja oder wer hat sie? ich hab sie wo muss ich hin? ganz andere Seite, hm? naja, oder? doch doch bloß kurz so wie läufst du? so schau mal da hin hä? da? ja scheiße zum Glück läufst du gerade in die falsche Richtung, hm? ja ich komme da ist einer oh bei mir ich denke ich denke kriegst du ihn hin? ja bisher sieht es gut aus ja ja bleib mal gleich links bleib mal gleich links bleib mal gleich links ja, können wir auch machen ja 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 oh mein Gott und du ja auch, gell? ja soll ich Power-Tage auf die Kacknudel machen? nee, sonst mal gucken lieber, erst wenn der Ton kaputt ist ja ja ich bin voll reingelaufen war ja richtig gut ja ja doch, ist kaputt ja 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 jetzt immer vorzüglich Tumaleid ich hab's noch orange gesehen ich sag's ja nur du bist du bist mit dem kleinen blauen Patrick ich sag's ja nur ich mache nichts kaputt ich mache hin oh das ist ja dringend ja fuck you ok übrigens ist die Mitte jetzt wieder durch also ich rest da jetzt durch wenn ich mal hier fertig werde das wird sonst über oder das ist jetzt schon überlässes Video was 37 Minuten nein du brauchst gar nicht mehr hin ich auf halbe Strecke bin ich da denke wahrscheinlich kaputt ja das geht's gerade richtig was die jetzt Schaden machen oder ja ja weil es schau gerade die Karte aktiv die machen ja doppelt so viel Schaden teilweise oder manche ja läuft jawonne 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 auf dem Weg zurück ja also es lief diesmal gut kann man nicht meckern das ist halt Standard dass es immer so lang geht ja das ist halt wow schönes langes Video die die jetzt bis hierhin ausgegangen haben herzlichen Glückwunsch hier ist halt nun auch Park von daher Dankeschön und bis zu einem unserer nächsten Videos bis zu wenig tschau jo 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 tschau tschau